... Augenblicken gegeben hat, Polizeieinsatz im Münchner Block, etwa 4.500 sind mitgekommen aus der Bayerischen Landeshauptstadt. Wir können Ihnen nicht sagen, worum es ging, aber wenn wir uns die Bilder angucken, dann ist das ein unverhältnismäßiger Polizeieinsatz, wo auf am Boden sitzende, sich schützen wollende Bayern-Fans eingekloppt wird und das passierte Augenblicken gegeben hat, Polizeieinsatz im Münchner Block, etwa 4.500 sind mitgekommen aus der Bayerischen Landeshauptstadt. Wir können Ihnen nicht sagen, worum es ging, aber wenn wir uns die Bilder angucken, dann ist das ein unverhältnismäßiger Polizeieinsatz, wo auf am Boden sitzende, sich schützen wollende Bayern-Fans eingekloppt wird und das passierte...